hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier bei krümel baut heute gibt es von tgl die t5024 ein supercar besteht aus 3145 teilen und gehört zur science and technology building block series oder es ist halt aus technik steinen gebaut ja supercar sagt jetzt nicht viel der eine oder andere wird es vielleicht erkennen aber es soll ein aston martin sein und im speziellen ein dbx quasi ein suv da bin ich mal gespannt also auf dem bild wirkt er mir ein bisschen zu wenig bullig für ein suv aber deswegen habe ich mir eigentlich gar nicht so sehr bestellt sondern eher um auch mal die farben zu sehen denn das ganze hier steht auch limited edition electroplated metal parts dieses rot ist nicht einfach nur das standard rot sondern das ist ähnlich wie beim apollo den hatte ich ja auch in pink in den ich in pink in so lila gebaut das war auch so eine komische beschichtung so soll das ja auch sein und da möchte ich mal gucken wie das so im rot wirkt ja können wir mal kurz teile hier schicker karton ich habe übrigens diesmal bei joy bestellt hier oben ist auch das logo drin das erste mal dass ich da bestellt habe mal gucken sonst habe ich ja bisher immer bei joy bestellt in dem fall wollte ich auch mal einen anderen laden ausprobieren und kann sein dass wir da jetzt ein bisschen längerfristig zusammenarbeiten von daher kurz noch mal um das hier zu beenden hier seht ihr dass das glitzert so ein bisschen metallisch rot ja müssen wir mal gucken wie da so die qualität der beschichtung ist und wie das dann am ende wirkt und was ich auch gerade noch gesehen habe es gibt ein free gift eine kleine minifigur in gold mit flügeln ja passt ja zum aston martin die stellen wir dann am ende einfach mal daneben gut kommen wir noch mal kurz zu joy zurück chinesischer shop schon ein bisschen länger am markt der ein oder andere wird ihn vielleicht schon kennen wie gesagt für mich ist die erste bestellung und ja krümel baut wären code falls ihr da bestellen wollt dann könnt ihr gleich noch mal drei dollar sparen pro bestellung ja so als tipp falls link packe ich natürlich unten rein kommen wir noch mal zum set gibt zwei versionen statisch motorisiert motorisiert gibt es zwei xl motoren ein servomotor und zwei verlängerungsschnuren dazu und ich habe schon mal hier hinten geguckt die motorisierung muss wohl ziemlich einfach gehen denn grüne seiten sind ansonsten anleitung nicht zu sehen und wenn ich es hier mal hinkriege eins weiter die motoren werden einfach am ende von unten drunter gesetzt und hier noch mal mit ein paar teilen befestigt das gucken wir uns dann mal an wie es denn fährt wenn es so einfach geht dann kann man es auch mal testen ansonsten ich habe die statische version hier und der aufbau ist eigentlich auch der gleiche es gibt natürlich noch stickerbogen ganz lustig esten madden steht drauf ich hoffe das lesen es zu dunkel war es den madden ja gut ansonsten die logos sehen ziemlich nach esten martin aus und hier sind dann auch viele innenraum deko aufkleber armaturen tacho etc pp und zwei für die scheinwerfer ansonsten das ist natürlich für die motoren unterteilt ist das ganze in neuen bauabschnitte von daher weiß ich noch nicht je nachdem wie umfangreich die sind ob es in einem video quetsche oder vielleicht doch eher zwei mache das stellen wir dann am ende fest gut soll ja um aufbau gehen von daher fangen wir mal damit an und ich melde mich gleich wieder da liegt dann teil 1 auf oder abschnitt 1 auch schon da und kurz teilequalität das ist so ähnlich wie bei kader da kann man eigentlich nie viel meckern außer dass hier die dreier pinsel ein zu straff sind bei kader sind es die zwei achsen die zu schwach sind hier sind die dreier pins zu straff also nicht zu schwach sondern zu straff hier ansonsten es passt alles achsen gehen rein auch wieder hatte ich auch schon mal bei ein paar anderen tgl sets ja angemerkt wenn wir mal hier zum beispiel so ein teil das erste mal wenn man da was durchsteckt geht es ein bisschen straff das ist quasi einmal durchstecken danach ist gut und dann funktioniert alles prima nur beim ersten mal so da ist irgendwo noch ein widerstand und danach funktioniert alles prima zahnräder und so greift auch alles gut gibt keine probleme ansonsten weil ich am anfang gesagt habe sechs plus glaube ich eher nicht nee das hier geht definitiv schon eher in die richtung einsteiger denn wir brauchen uns nun mal jetzt hier von oben das differenzial angucken da ist zum beispiel kein technikrahmen nix drumrum das ist alles ziemlich ich sag mal interessant gebaut abwechslungsreich gebaut aber nicht sehr einfach gebaut und es sind auch immer viele teile pro einzelnen abschnitt also jetzt nicht so wie zum beispiel wenn man aus den marken set baut wo dann so zwei drei teile da sind sondern hier sind es auch mal so zehn zwölf die man dann in einem kleinen zwischenschritt zusammensetzen muss und dadurch dass hier halt auch keine technikrahmen groß verwendet werden sondern viele einzelteile ist das alles zwischendurch immer relativ wackelig bis dann die nächsten teile dran kommen und dadurch stabilität reinkommt ja aber gebaut wird als erstes baut man die radaufhängung die erste die ist relativ klassisch also ihr seht ja da ist jetzt nicht viel dabei eine kardan achse geht hoch zum differenzial ein kardan gelenk da ist noch mal ein gummi dazwischen das auch nichts raus rutscht also das sollte also gut passen und nicht aus dem differenzial irgendwie die achsen rausziehen ja dann kommt das differenzial das wird dann hier mit vielen kleinen konnektoren und winkeln irgendwie in position gehalten und später dann wenn jetzt hier die ganzen lift arme drauf kommen dann kommt erst richtig stabilität rein ansonsten es ist jetzt nicht kompliziert zu bauen sondern eher durch die masse der teile und wie gebaut wird durch dieses wackelige zwischendurch ist es eher anspruchsvoll würde ich mal sagen interessant ist auch die lenkung denn die ist nicht zentral gesetzt ihr seht hier die ist ja leichter seite ich weiß gar nicht was bei k box was glaube ich auch erst vor kurzem der der bully was glaube ich wenn ich mich recht erinnere da war das auch so dass die lenkung leicht versetzt ist aber ja funktioniert ohne probleme relativ großer lenkeinschlag ist jetzt auch kein irgendwie stopp irgendwo oder eine begrenzung drin also von daher für die größe sollte der relativ wendig sein ja und dann kommt später noch hier ein anbau das sind doch mal technikrahmen drin aber auch wieder dann viele konnektoren drumherum und da wird der antriebsstrang einmal durchgereicht wird dann wohl am ende ein eilrad sein ja und hier noch mal ein bisschen lift arme und verbindungselemente dran das ist jetzt alles nicht so wild aber also wie gesagt bisher recht abwechslungsreich und mal was anderes zu bauen gut das also zu abschnitt 1 und dann weiter geht es mit der zwei gleich die liegt dann jetzt hier auch schon wieder bereit und ihr seht in der achse war dran bzw vorne kurz noch hier ein paar konnektoren die nach hinten führen und dann kann man das ganze erst mal zur seite legen und baut hier an der hinterachse ja geht dann eigentlich los erstmal hier so ein paar liftarm verbindungen diese bremsbacken ich gebe euch ein tipp baut sie legt dieser seite und wenn es dann soweit ist dass die räder dran kommen steckt sie dran ansonsten habt ihr die ständig in der hand ja hinterachse die hier sitzt das differenzial diesmal doch in einem technik rahmen und ja man baut dann hier so mit rahmen mit liftarm diese konstruktion zusammen vorne kommen zahnräder dran das ist dann der anschluss für die motoren die werden ja dran gesteckt drehen auf das auf die zahnräder hier auf das mittel differenzial das heißt wir haben wirklich einen mechanisch richtigen allrad antrieb mit differenzial zwischen den beiden achsen und von da aus geht es dann halt einmal hier später nach vorne beziehungsweise hier nach hinten auf das den farm der zahnrad und von da aus dann auf das differenzial zur hinterachse nichts dramatisches lässt sich soweit alles gut bauen dann kommt die kommt hier oben noch mal die schale drauf und ich nehme an das ist jetzt ein teil von der rücksitzbank oder sowas lassen wir uns überraschen was das wird sitzt dann auch noch mal oben drauf und dann kommt die radaufhängung die baut man erstmal wieder einzeln an sich nichts dramatisches alles irgendwas irgendwas was man schon kennt pins mit mit ohne friction für die federn mal gucken wirkt jetzt erstmal recht straff dachte ich beim raptor von tgl auch und letztendlich ist es dann eingesackt ich hoffe mal dass das dann hier besser funktioniert hier eigentlich das große problem dann dieses diesen part anzubauen denn hier ist eine zwei achse dran und also wenn man jetzt hier guckt da sind cardangelenk da sitzt eine zwei achse drauf und das muss dann hier in die aufnahme die dann zum rad führt und gleichzeitig sieht man leider nicht mehr muss ein connector zwischen zwei lifter arme gesteckt werden ist der gleiche abstand dementsprechend war das alles ein extremes gefummel bis ich die konnektoren zwischen die lifter arme bekommen habe und mir die achse nicht immer wieder aus der führung ausgerutscht ist es war echt nervig letztendlich habe ich die achse hier noch mal hier hier aus dem differenzial rausgeschoben da reingesetzt dann hat man mehr spielen dann hat das alles funktioniert und dann kommen hier pins ohne 3er pins mit achsaufnahme einmal durch dann hält das und später dann von oben noch mal achsen durch dass das ganze dann wirklich nicht mehr verrutscht aber so dieses rad aufhängen dransetzen hat echt nerven gekostet aber vielleicht habe ich mir auch einfach nur zu doof angestellt ich fand es halt nicht unbedingt entspannt der rest an sich wiederum alles okay dann kommen hier hinten noch ein paar verstrebungen dran die federn kommt angesetzt und das war es dann auch schon wieder mit abschnitt 2 abschnitt 3 war recht kurz denn man baut oben und unten erstmal nur hier diese verbreiterung das heißt panels lift arme lift arme panels kommt von unten dran und wird von oben dann mit vielen und von der seite hier seht das 3er pins mit achse acht stück insgesamt drei unten auf jeder seite also 6 befestigt und hier oben kommen jetzt ist hier die dinge schon wieder abgefallen bremsbacke dran bremsbacke ja genau und hier vorne kommen noch mal zwei dran hält dann kommt hier der schweller sage ich mal letztendlich lift arme oben drauf dann sind hier zwei lange achsen da werden die zwei lift arme gestapelt zwischendurch ein paar konnektoren und dann wird das mit pins an die panels gedrückt auch auf beiden seiten und hier sieht man dann das erste mal diese elektroplated ja roten teile sieht ganz nett aus und man kann anfassen klubst nächste bremsbacke ab es bleibt keine farbe am fingern kleben oder sowas wie es beim beim nissan von kbox war das erwähne ich aber glaube ich auch jedes mal wenn es um diese teile geht aber man muss vorsichtig sein die sind recht stoßempfindlich also die tüte war extra noch mal umklammert und mit klebeband umwickelt dass da wirklich wenig hin und her rutschen kann oder sowas aber auf dem panel ist schon ein kleiner kratzer drauf den sieht man aber auch nur wenn man ihn sucht jemand sieht es nicht wirklich hier unten ungefähr also wirklich minimal aber das ist halt wirklich schon stoßempfindlich da sollte man jetzt nicht unbedingt wild teile gegen hauen oder sowas ja die kommen dann ja dran und zu guter letzt hier vorne noch mal gestapelte lift arme von oben drauf gesetzt und hier das ganze verbunden dass es hält eine sache das war glaube ich im bauabschnitt eins hier an der vorderachse öfters mal es gibt immer wieder stellen da schiebt man nachseln wo durch und dann am ende noch mal was auf die achse drauf mir ist es zweimal passiert dass man die achse dabei weiter reingeschoben hat weil hinten kein gegenpunkt war und man nicht mehr richtig ran kamen um sie wieder vorzuziehen da muss man ein bisschen aufpassen ist mir jetzt gerade erst wieder eingefallen wollte ich eigentlich im zweiten cut dann schon sagen habe ich auch wieder vergessen darum sage ich jetzt daher so gucken dass man die achsen nicht zu weit rein schiebt dass man dann schwer wieder raus bekommt ja ansonsten recht kleine bauabschnitte daher sind wir schon wieder fertig und gehen auf den vierten zu mit dem geht es dann auch so langsam richtung innenausstattung verkleidung aber am anfang erstmal hier frontbereich fertig gebaut da kommt der mitlaufende v8 motor rein klassischer bau wird reingesetzt und dann hier über ein großes zahnrad mit dem antriebsstrang verbunden die federn vorne werden befestigt achsen durchgesteckt und dann kommen hier noch ein paar der vorbereitung um dann später die karosserie draufzusetzen also hier zwei winkel hier haben wir konnektoren die dann ja befestigung vorgeben lässt sich eigentlich alles relativ gut bauen hier ist im grau mit systemsteinen so ein kleiner bogen gebaut also mit plates und fliesen und da muss man dann doch sagen doch meiner kennt es recht gut also hier sind bei den teilen drei verschiedene grautöne drin wir haben hier hellgrau oben die fliese und die einmal drei plate dann ist es ein bisschen dunkler die einmal sechs plate und hier der slope von unten und ganz dunkel ist dann der slope von oben und keine ahnung hier sind zwei einmal zwei mit unten pin aufnahme drunter also ich hoffe mal dass das jetzt bei dem grau bleibt weil der rest passt so weit auch hier das ten der sitze das ist alles soweit in ordnung ganz schlimm wäre es natürlich wenn das rot der karosserie so abweichen würde ja dann ist der vordere bereich fertig und es geht hier so an den innenbereich sage ich mal da kommt zum einen hier die mittelkonsole das sind nur ein paar liftarme zusammengesetzt und danach geht es dann schon an die sitze ja ganz nett ist ja eher so ein komfort luxus auto am ende dementsprechend sind sie auch relativ breit und weniger sportlich aber eine sache die mich ein bisschen stört die kopfstütze hier hängt auf einem connector und da hätte man bequem eine drei achse durch schieben können dann wäre das fest okay vielleicht sollte auch die kopfstütze irgendwie einstellbar sein weiß ich jetzt nicht aber mich stört weil das klappt hier ständig hin und her also generell die sitze die liegen dann hier an den gewinkelten liftarm drehen wir es mal zur seite sieht man es besser der geht hier lang da liegen die drauf das ist ihr seht es okay man könnte sagen ja man soll sie vorklappen können oder so aber keine ahnung ist wahrscheinlich eher nicht so gewollt das muss man dann hier wirklich stabil zusammendrücken dann halten die ansonsten klappen die halt ganz gern mal hin und her so ja das wäre jetzt so bei den sitzen ein bisschen das wo man sagen könnte ja konstruktionsmangel tendenziell würde ich sagen neben zwei dreierachsen packt die hier dazwischen dann ist das fest in position und ja okay dass das hier so klappt da wüsste ich jetzt spontan nicht was da hilft aber das ist jetzt auch nicht so wild wie die kopfstütze die dann mit pech hier halt immer so runter klappt ihr seht es muss man zeit wieder hier richtig zusammen dass da oben die achse die dadurch geht druck hat oder die teile hier alle zusammensitzen und das halten dann passt es ist ein bisschen schade ja ansonsten war lass mich überlegen sonst war nichts weiter wie gesagt der vordere teil war eigentlich so das hauptaugenmerk in dem abschnitt hier steht dann jetzt auch teil 5 und ihr seht es geht an die verkleidung türen sind dran und armaturenbrett ist drin aber bevor wir das machen ganz am ende kam das nämlich ich hatte ja gesagt die sitze sind wackelig ohne ende und ich hätte mir gewünscht dass hier hinten eine achse durchstecken kam dann auch ganz zum schluss nachdem hier von der mittelkonsole noch der kontropunkt dran kam wird hier eine lange achse durchgesteckt jetzt sind die sitze richtig fest und wackeln nicht mehr wie lämmerschwanz hin und her so wünscht man sich das dann ja zu den türen ihr seht gestapelt panels und liftarme hier dazwischen geklemmt mit zwei pins und das ganze wird dann hier drauf gesetzt hat leider kein anschlag aber sie sind auch von innen verkleidet das hat immerhin mal was wirkt sogar fast schon ich sag mal edel dafür dass es ein aston martin ist weil es halt in diesen ten farmen gehalten ist generell auch der innenraum finde ich erstaunlich ausgefüllt also meistens sieht man ja da doch noch recht viel technik bauweise hier ist das ja irgendwie ausgefüllt finde ich gut klar mit aufklebern würde es wahrscheinlich noch besser aussehen für den einen oder anderen ich finde schon fast dass es dann zu bunt ist wenn alles zugeklebt ich sage mal gerade die neuen autos haben ja eh displays und sowas und wenn der wenn die zündung aus ist sind die auch schwarz von daher passt das in meinen augen sogar so auch recht gut ja vom bau her die mittelkonsole das ganze hier und der mittlere teil wird am stück gebaut und wird dann von oben drauf gesetzt ich dachte erst oh jemine weil hier sind zwei konnektoren die sitzen auf einer achs haben aber eine pin aufnahme die wackeln also hin und her das wird gefummelt die hier drauf gesteckt zu bekommen ging erstaunlicherweise recht gut und dann sind hier unten nochmal vier pins hier drunter die in den liftarm gesteckt werden und dann ist das auch fest ja was kann noch also lenkrad also wir haben jetzt hier seht es nicht lenke das läuft mit und ja hier oben kam noch ich denke mal dann später für die motorhaube der verbindungsteil dran ließ sich gut bauen aber ich denke mal der ein oder anderen wobei hier geht es ja fast sogar im licht im tageslicht wirkt es ein bisschen auffälliger das rot ist nicht gleichmäßig überall die panels sind beide ein tick dumpfer würde ich sagen und auch die liftarme haben nicht alle das gleiche rot muss man dann mal am ende sehen wie das ganze wirkt dadurch dass es ja auch von ja ich sag mal winkel also je nachdem wie das dicht einfällt sich alles ein bisschen ändert fällt es wahrscheinlich nicht ganz so gut auf aber gerade hier unten sieht man dass die beiden äußeren teile und hier das teil rötlicher wirken als das panel ja so finde ich sieht man es besonders gut aber je nachdem wenn man es dann jetzt hier schon wieder so weit rumdreht dann sieht man es zwar vorne aber hinten passt sich an muss man dann wirklich mal im kompletten sehen gut wir sind jetzt glaube ich auch schon über 20 minuten von daher machen wir jetzt einen cut ja fünf von neun bauabfnitten sind geschafft also ich sag mal gut die hälfte das bietet sich also an und die videos müssen ja auch nicht immer so lang sein von daher ich bedanke mich recht herzlich fürs zusehen ich hoffe es hat euch bisher gefallen wenn ja lasst gerne einen daumen da ihr wisst kleiner klick für euch und ich freue mich dafür umso mehr ansonsten könnt natürlich auch gerne meinen kanal abonnieren auch das würde mich super freuen ja und ansonsten falls euch das jetzt schon mal zusagt könnt ihr gerne mal unten in der beschreibung anklicken den link zu joel packe ich euch rein ja gut so viel also von mir ich wünsche euch ein schönes wochenende und dann bis zum nächsten mal tschüssi 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 tschüssi